Aus Sicht vieler Puristen und traditionsorientierter Fußballfans ist Dietmar Hopp das Gesicht dafür, wofür Red Bull das Getränk ist. Die Kommerzialisierung und der totale Ausverkauf des so geliebten Fußballs. An diesem Wochenende wurde Dietmar Hopp in deutschen Fußballstadien wieder angegangen und unter anderem als Hurensohn bezeichnet. Das ist eine Beleidigung. Niemand muss sich beleidigen lassen. Da steht nicht zur Debatte. Aber an diesem Wochenende ging es nicht um Dietmar Hopp. Dietmar Hopp wurde genutzt als Katalysator in einem seit Jahren schwelenden Konflikt zwischen aktiven Fanszenen und dem DFB. Die Ultras werfen im DFB vor, dass Kollektivstrafen wieder eingeführt worden sind, nachdem letzte Woche bekannt wurde, dass Dortmund-Fans bis einschließlich 2022 nicht nach Hoffenheim reisen dürfen. Und warum? Weil sie dort eben genau das getan hatten. Dietmar Hopp beleidigt. Kollektivstrafen. Ein Rechtsverständnis, das antiquitierter ist als Mario Baslers Thesen gestern im Doppelpass. Vor allem aber gab man mit diesem Urteil den Ultras einen Hebel in die Hand, den sie natürlich nutzen. Wenn man weiß, ein Banner gegen Dietmar Hopp ist genug, um Spielabbrüche zu provozieren, selbstverständlich wird diese Waffe benutzt. Das Problem am Wochenende, wegen der natürlich plumpen Form dieser Beleidigung und dem eh schon herrschenden angespannten Empörungsklima, wollte niemand darüber gehen, worum es den vermeintlichen Tätern überhaupt ging. Stattdessen war Zeit für Parolen. Solche Typen geht es nicht um den Sport. Stadionverbote für alle. Dietmar Hopp ist ein absoluter Ehrenmann, einer der besten Menschen, wobei gerade diese letzte These so weit am Thema vorbei ist, dass wenn es ein Elfmeter wäre, die Leute im Oberrang Angst haben müssten. Den Ultras des FC Bayern, allen voran der Schickeria und den Red Fanatics, droht nun scheinbar der Entzug des Status als Fanclubs. In meinen Augen ein absolut katastrophales Zeichen. Denn Ultras sind die einzigen Stimmen, die einzigen Organe, die Fankurven haben. Nur sie können laut und ungemütlich werden und sich einsetzen für die 50 plus 1 Regel. Gegen die Zerstückelung von Spieltagen, gegen absolute Ticketpreise, gegen Trainingslager in Katar. Nur sie haben die Macht, Einfluss darauf zu nehmen. Sonst niemand. All diese Dinge, die Fußballfans sauer aufstoßen sollten oder die uns zumindest mal sauer aufgestoßen sind. Außerdem sind sie das einzige Alleinstellungsmerkmal, was die Bundesliga in Europa noch hat. Sie sind es, die dafür sorgen, dass abertausende Frankfurter tolle Bilder aus Europa liefern oder Choreografien bei Heimspielen stattfinden. Und wenn das passiert, greifen das alle Medien gerne auf. Es gibt Fußballfans, die aus England nach Deutschland reisen, einfach nur um die Atmosphäre zu erleben. Die Bundesliga wirbt im Ausland mit dem Slogan Football as it's meant to be. Fußball, wie er sein sollte. Und damit kann nur eines gemeint sein. Laut, emotional, wild und bunt. Da sind wir ganz ehrlich. Dass Achtmann-Folge dieselbe Mannschaft deutscher Meister wird und Traditionsvereine mit riesigen Fanscheinen in der Versenkung versinken, das kann ja wohl kaum das Alleinstellungsmerkmal sein. Und dass wir in Deutschland eben jene gute Atmosphäre haben, verdanken wir in weitesten Teilen den Ultra-Gruppierungen dieses Landes. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann fahrt gerne mal nach England, kauft die absurden Ticketpreise für ein Premier League-Spiel, setzt euch rein in die Kirchen-Atmosphäre, kommt dann zurück nach Deutschland. Und wenn ihr dann immer noch sagt, es braucht keine aktiven Fanszenen, dann bitte. Der Konflikt beginnt jedoch gerade erst. Ich bin mir absolut sicher, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Unterbrechungen, noch weitere Banner und sogar Spielabbrüche erleben werden. Denn deutsche Ultra-Gruppierungen fürchten um ihre Existenz. Oder zumindest mal, dass man versucht, sie mundtot zu machen. Und das völlig zu Recht. Denn die größte Triebfeder im europäischen Fußball und auch in der Bundesliga ist finanzieller Profit. Denn aktive Fans und allen voran Ultras sind im Irrglauben, dass die Bundesliga mit der Premier League konkurrieren müsste oder überhaupt könnte für sportliche Entscheider nichts anderes mehr als ein Klotz am Bein. Und wenn Deutschland seine Ultras verliert, verlieren wir als nächstes die 50-plus-1-Regel, als nächstes die Stehplätze. Und dann, was sind wir dann? Der kleine, beschissene Bruder von der Premier League. Was ich versuche rüberzubringen, am Wochenende ging es nicht um die Person Dietmar Hopp. Man wusste, man kann mit diesen Beleidigungen seine Message rüberbringen und seinen Kampf weiter kämpfen. Und darum ging es den aktiven Fans. Und um nichts anderes. Lasst euch da nichts erzählen. Aber jetzt nochmal zu den konkreten Vorfällen am Wochenende. Und ehrlich gesagt, gab es an diesem Wochenende eigentlich nur Verlierer. Fanszenien haben sich gesamte Stadien gegen sich aufgebracht und auch die Medien haben fröhlich mit draufgeschlagen. Doch auch DFB und DFL haben sich ein gewaltiges Eigentor geschossen. Denn man hat einen Präzedenzfall geschaffen, an dem man sich von nun an immer und immer und immer wieder messen lassen muss. Denn gerade wenn man sich überlegt, dass nun bei einem milliardenschweren Investor sofort so durchgegriffen wird, während bei Jordan Torunariga vor nur wenigen Wochen ehrlich gesagt überhaupt nichts passiert ist, hinterlässt zumindest einen faden Beigeschmack. Und jetzt kann man sagen, gut, irgendwo müssen sie ja mal anfangen durchzugreifen. Und das ist absolut richtig. Aber wie gesagt, dann muss das jetzt immer passieren. Bei allen rassistischen, homophoben, faschistischen oder was auch immer für Beleidigungen, die im Stadion fallen. Jedes Mal muss der DFB und die DFL beweisen, dass sie hinter dieser Methodik stehen. Denn sonst wird man sich völlig zu Recht vorwerfen lassen müssen, dass es bei einem reichen Milliardär und Funktionär in der Bundesliga sofort funktioniert. Bei Spielern und Fans allerdings überhaupt nicht. Und das ist ein Vorwurf, den man sich auf gar keinen Fall anhören will. Und jeder, der jetzt sagt, es sei Whataboutism, den Rassismusvorfall mit diesem Vorfall zu vergleichen, den möchte ich vehement widersprechen. Wir reden von zwei Vorfällen innerhalb von wenigen Wochen, innerhalb von deutscher Fußballwettbewerbe. Das eine, eine rassistische Beleidigung. Das andere, eine Beleidigung gegen einen Funktionär. Das ist kein Whataboutism. Wenn man nicht von nun an sofort so durchgreift, bei Rassismusvorfällen, dann ist es einfach nur Doppelmoral. Niemand muss sich ein Stadion beleidigen lassen. Aber redet einfach mal ein bisschen miteinander. Hört der Gegenseite zu, versucht aufeinander zuzugehen und lasst uns hoffen, dass wir irgendeine Lösung finden. Denn wenn Deutschland seine Ultras verliert, dann sehe ich Rabenschwarz für den deutschen Fußball. Aber das ist nur meine Meinung. Und jetzt habt ihr gefragt, Freunde, wie hat es euch gefallen? Was ist eure Meinung alles in die Kommentare? Ich freue mich, das alles zu lesen. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.